wir sind schon im kilo jetzt müssen wir uns irgendwo hinsetzen wo paar leute sitzen und ich musste ja mitnehmen deswegen setze ich mich dahin hierhin und sie setzt sich hoffentlich daneben ja perfekt jetzt quatsch die ganze zeit ich glaube die jetzt so lange voll bis die mich total mag einfach mal so blubblub so jetzt kennt mich genau jetzt gehen wir noch mal eine runde immer mit der nina aufzureden ich kann halt nur mit dir reden das ist schlecht stehe ich hier wieder mit der nina okay es gibt eine veröffentlichung von irgendeinem neuen spiel da müssen wir mal gucken was das ist wir haben schon level 20 aber wir haben immer noch kein geld wir sind arme schweine und das soll das heißen so vorstehen ist vorbei und wir gehen jetzt nach hause wie ich sagen was machen wir jetzt schönes hallo ich bin der größte fan ich will nicht wie ein stalker wirken aber ich gebe dir 30 aus was ok einige deiner follower denken die ich habe die frage gar nicht verstanden spiel wählen einkaufen kurs fortsetzen was für kurs drehbuch und ergänzung wir starten mal einen kurs für 50 dollar was ist das jetzt ja empire planet 2 da brauche ich kein schwein weil ich würde sagen wir kaufen uns dann gleich mal ein neues spiel geben arbeiten für für 50 10 stunden stopp mal unbezahlte rechnung müssen rechnung bezahlen miete ok das bild jetzt mal minus alter wir müssen hier echt miete bezahlen müssen wir gleich mal ein neues gaming video machen will keiner mehr das geht noch dann machen wir ja noch mal das da und zwar ein gameplay video und starten mal das video ich glaube wir sollten jetzt mal schlafen wir müssen geld rankriegen geld 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 mein kanal flogger netzwerk ok kann ich immer noch keine warnung ok das ist das pausenmenü hol ich jetzt auch nicht ein so wir machen hier mal die 004 draus und gehen auf weiter ist ein bisschen kaputt der gute aber was wird er jetzt noch mal hinkriegen da muss jetzt mal die arschbanken zusammenreißen so wir machen hier singen kommentar grüße mit nachahmung fröhlich aussehend und was gibt es hier noch sound 2 du hast einen kopfschuss während des sprints erhalten weiter den lassen wir so wie er ist dann machen wir was war das denn jetzt für eine szene ich glaube das müsste so richtig sein dann das und dann machen wir das und das rendern wir den ganzen scheiß das problem ist an der sache das wird jetzt auch nicht so ein klasse video aber wir brauchen ein bisschen geld so wir laden das hoch derzeit gehen wir nach schlafen also wir müssen jetzt praktisch miete bezahlen und essen kaufen so wenn wir jetzt schlafen können wir noch mal arbeiten gehen eventbegleiter wir machen mal einen eventbegleiter so jetzt kennt der irgendwie schon oder wir haben eine neue karte gekriegt übergang ins schwarz bin ich batman schlechte nachbearbeitung ja das kennen wir der rest ist okay positiv mal gucken was da an geld und views und likes und abonnenten dazu kommt wir können das noch ein bisschen hypen für wie viel in der herhundert sonst kann ich mich leisten wir haben geld bekommen und studenten wohnungsmieter hier 80 mitarbeitergehalt 80 muss ich zahlen wir haben eigentlich soweit alles da können wir noch mal ein bisschen was essen und dann setzen wir uns hier gleich noch mal ran und machen mal ich habe keine zeit ne danke geht gerade nicht weil ich muss jetzt mal was hier aufnehmen und wir behalten jetzt das bei wir machen mal oh scheiße die gehen ja alle runter aber egal wir machen noch mal das hier nein hallo hallo was soll der scheiß hier counterstreak video starten ok wir brauchen auch noch mal echt neue tastature neue maus wir brauchen erstmal richtig geld um ein neues equipment zu kaufen das sage ich ja auch bei meinen videos immer äh ja ja ok kann ich machen ja ok akzeptieren so was haben wir hier fröhlich aussehend beim spiel laden äh intro mit logo so nein wir machen einen bonus deklar und haben es verkackt was ist das wo haben wir es verkackt achso man soll hier aha achso da kriegt man den bonus dafür wenn man das wählt was da ist aber was ich nicht habe äh ok jetzt habe ich das mit dem bonus system verstanden hm äh so und so und dann machen wir nochmal das und dann rennen wir das ganze ist jetzt auch kein hit weil die interesse ist weg aber das stört mich jetzt nicht großartig was haben wir hier das ist das was ich jetzt machen soll wir wählen achso hier small turismo muss ich erstmal eine konsole kaufen außerdem ist mein computer schon wieder kaputt oh ne das geht jetzt nicht gehen wir mal schlafen hm bis zum zehnten meter muss die erste konsole dafür kaufen das ist sauer krass oder mehr gab es nicht 11 dollar was komplett schlechte kommentare ja ok das wissen wir ok äh wir brauchen unbedingt ein neues spiel das heißt wir müssen einkaufen wir müssen ein neues game kaufen und wir brauchen dann noch eine konsole so was ist denn hier momentan in den top bewertungen das ist planet wars cutter 2 und top seller ist auch planet wars cutter 2 dann kaufen wir das mal das müsst ihr ja so und dann können wir gleich wenn das dann da ist essen und wir essen ein wasser ne wir essen nicht mal so ein zentwick mhm mhm öffnen das paket und machen direkt ein neues gaming video von diesem planet cutter gameplay video starten so fortsetzen gameplay 001 und weiter so was gibt es denn hier der start ist die aufnahme das sollten wir eigentlich den hier nehmen tanzende begrüßung da gibt es einen bonus dann haben wir äh ladenbildschirm da müssten wir sinnlosen kommentar nehmen um den bonus zu kriegen so hier können wir fröhlich äh hier machen wir einen professionellen kommentar und die fröhliche äußerung heben wir uns hierfür auf und das ist jetzt sozusagen das ende das auto und dann können wir das hier nehmen wir müssen eigentlich einen bonus geben weiter mein computer ist komplett im arsch so rendern bin mal gespannt was da auskommt neuer rekord oh zwei neue rekorde so und ein wenig geld ein wenig geld ein wenig geld wir werden hier noch richtig richtig äh und so weiter das haben wir gekriegt und das haben wir auch gekriegt als kommt der mann da und will das heile machen so ich leg mich nochmal hin wir haben einen neuen punkt freigeschalten wir kriegen da mehr mehr likes und allem drum und dran einkommen monat sind 100 dollar pro monat angeblich aber das reicht nicht für uns wir brauchen mehr haben wir schon die konsole ok das kann man auch hier machen aber dafür brauchen wir halt hier die konsole und das geht momentan nicht wenn der computer arbeitet das heißt wir gehen mal arbeiten für zwei stunden gärtnern zu 10 das reicht auch da können wir uns wenigstens dann noch was zu essen kaufen und dann kurs fortsetzen achso den habe ich schon gemacht den einen und das sind so grundlegende und die kosten Geld Preis gekauft ein Tag ok das heißt wir haben jetzt auch keine keine Hausaufgaben oder sowas mehr wir müssen ja praktisch nicht mehr studieren könnten dann aber auch mal auf Events gehen neue wir müssen erstmal noch was essen Kommentare ja wieder die Nachbearbeitung bla bla der Rest ist eigentlich sehr positiv und wir haben kein Geld um das Video zu hypen scheiße Essen wir könnten wirklich Brot essen sehr schön so und wir haben eine neue Karte gekriegt wieder mal Outro mit Logo oh sehr schön wir können gar nichts machen wir haben keine Kohle und nix deswegen gehen wir jetzt noch mal arbeiten für Schuhe putzen 4 Stunden brauchen Geld brauchen wirklich Geld kann doch nicht sein dass wir kein Geld haben das ist eine Spannerei ich hätte dieses Spiel am liebsten mit Facecam gemacht können wir das jetzt verhypen wenigstens ein bisschen 35 kostet das dann gehen wir nochmal schnell arbeiten für ja das da können wir das Video vielleicht noch ein bisschen hypen dass wir da nochmal ein bisschen Oma ein bisschen was da rauskriegen 35 Dollar Hype weil wir brauchen ja echt bis Ende des Monats noch die Miete und wir können nochmal gleich ein neues Gaming Video erstellen von dem direkt dahinter her so Production 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 Ach ja Entschuldigung aber ich hatte ich habe gar keine Konsole dafür so Musik Dingens darin machen dann nehmen wir hier mal eine fröhliche Äußerung dann nehmen wir da als nächstes den lustigen Kommentar und dann nehmen wir hier als nächstes Shit passt natürlich nix und dann nehmen wir den das geht nicht mehr scheiße kann ich noch den nehmen ein bisschen verkackt das Ganze so wir haben nämlich hier gar nichts außer Nachbearbeitung kann ich so mal weicher Fokus noch mal ein bisschen da drauf packen und den Titel das wird glaube ich ja ok Inhalt Inhalt ist gut geworden aber der Rest irgendwie nicht so wirklich so hochladen ja komm ich unterhalte mich jetzt mal ach so geht nicht weil das geht nur über Chat stimmt ja da war was guck mal Pendehunde so Ergebnis Anzeigen 24 plus 3 ja die Kommentare hatte ich mir ja durchgelesen 304 Likes äh und 6 Dislikes 1000 Abonnenten hat das gebracht und 19.000 Aufrufe nicht schlecht so was haben wir hier verabschieden mit Kuss aufrüsten können wir nicht eigentlich so ein so ein Dillard machen war da nicht was äh ich glaube die Spiele kann ich alle verscherbeln aber die bringen auch nicht mehr viel Geld hin lassen wir erstmal aufrüsten was können wir denn aufrüsten ach so geht der nicht weil wir gerade hier und so ja gehen wir mal kurz nochmal arbeiten acht Stunden Spiel besteht irgendwie nur zwischen schlafen arbeiten essen oder sowas einen schlechten Kommentar ist mir aber auch egal weil der Rest ist ja eigentlich alles soweit positiv jetzt können wir mal ein bisschen schlafen und danach müssen wir was essen ja er hat Hunger was möchte es denn jetzt mhm mhm was wie die wild spielen um sich abzulenken mhm 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 soo jetzt mal ganz kurz gucken ob wir hier was aufrüsten können also langsam wäre es ja dann eigentlich auch mal Zeit für einen neuen PC und so weiter und so fort so was gibt es denn hier Gamer Tastatur den ist echt ohne scheiß Mini Gehäuse boah das sind Preise alt 75 048 wenn wir jetzt hier Schnittprogramme es gibt ein neues Schnittprogramm das kostet 89 Dollar ich glaube da werden wir gleich mal investieren äh ach so genau wir können doch mal ein neues Game Video aufnehmen von diesem Spiel ähm die Schatten fortsetzen und 003 draus machen so ok was ist das dann machen wir das hier weil das ist ja hier so ne Mobbrunus basierend dann haben wir unlustigen Kommentar dann sarkastischer Kommentar Sarkasmus gefällt mir gut und was haben wir jetzt hier äh ähm später verstecktes Item da gibt es einen wirderischen Blick von mir und was haben wir hier noch wir haben noch ah ja dann machen wir einfach eine Verabschiedung es gibt natürlich null worum 21 nachbearbeitung 16 16 16 lassen wir 16 machen das mal drin und das da drin und dann rendern wir den ganzen Missile ich soll ein Video machen von Pivot von irgendeinem Spiel für Honeybees das Biest Dingsbloms ok 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 so bleibt man auch andere YouTuber kennen nämlich grad so das Spiel ist angekommen öffnen wir das mal und ich hoffe das ist nicht für ne Konsole ja toll das ist für ne Konsole ja leck mich da am Arsch verdammte Axt nochmal ja dann gehen wir jetzt mal ein bisschen schlafen die Miete haben wir schon rein und essen mal ein Brot ja da kannst du nicht hahaha weil ich lad nämlich grad was hoch so Kommentare ok sehr interessant blablabla und grüße den Humor so wie viel soll denn jetzt so ne scheiß Konsole kaufen ja ja Kosten wenn man die kauft haha kosten kaufen so mach ich nochmal äh das ist die Honeybees PSP Playstation Studio was ist denn das Spiel das ist für PSP PSP die kostet 199 kannst es nicht kaufen weil du hast nicht genug Geld ja ok ich will den Namen verlassen kriegen wir nochmal hier 16 60 so und danach machen wir aber erstmal Feierabend glaube ich können wir das Video nochmal richtig halten so wir ziehen uns um und gehen schlafen so wir ziehen uns um und gehen schlafen oh ja ok kommt alle rein setzt euch ruhig äh kriegen wir nochmal hier kriegen wir nochmal 60 aber das reicht auch nicht brauchen wir eigentlich noch mehr Alkohle und um die zu kaufen die Konsole das ist das Ergebnis mehr nicht Das ist ja lächerlich. Wie soll ich denn so die Konsole kaufen, dass wir da nichts? Verlierst Abonnenten, das sollst du mir aufnehmen. Wie soll ich denn bitte mit dem... Mit dem... Das machen. So, wir machen jetzt... Ja, dafür bräuchte ich auch eine Konsole. Braucht für alles eine Konsole. Ja, kein Bock. So, machen wir das mal. 004 haben wir jetzt schon mittlerweile. Sind ja gar nicht so viele Aufnahmen. So, jetzt müssen wir mal nehmen. Lustige Begrüßung. Mach das Video jetzt auch fertig. Hier, das letzte Video. Was wir dann zusammen noch machen, dann beende ich an der Stelle auch erstmal. Achso, das liegt daran, wenn man nicht genug Dingens hat, dann wären das auch so kurze Videos. Manchmal. Also, wenn man hier nicht genug ausgeruht ist, wären es scheiß Videos. Und man muss also richtig fit und fett sein, sozusagen. Also, Essen und Schlaf, praktisch. Dafür kriegt man dann die Punkte und die kann man dann... Oh, es gab trotzdem gute Rezession. Ja, siehst müde aus. Ja, war ich ja auch. So. Und dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir erstmal Feierabend. Macht's gut. Bis dann zum nächsten Mal. Ciao, ciao.